Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer Everett Gaming mit einem neuen Planvideo. Yo, morgen, Kingdom Hearts 1, das neue Projekt von den Zuschauern gewünscht, ist endlich da um 20 Uhr bis 23 Uhr. Mittwoch, Deponia 2 geht weiter in die 7. Runde mit Fleming. Das FK-Projekt um 19 bis 22 Uhr. Donnerstag, Call of Duty, What's On, Hashtag 03 von 20 bis 23 Uhr. Freitag, Fortnite, Hashtag 190 von 20 bis 0 Uhr. Und am Samstag habe ich ein Special, Quarantänen-Special. Das ist wie ein versteckter 12-Stunden-Stream. Da werden 2 Spiele locker dabei sein, wie Fortnite und Call of Duty. Also Abfahrt eher nach 19 Uhr bis 7 Uhr. Also seid dabei beim Special Swim. Und haltet eure Steifen, bleibt mir gesund. Und wir sehen uns dann morgen bei Kingdom Hearts 1. Also, bis deiner Hauderinnen, euer Infrared Gaming. Ciao.